Heute bei Schmecksplosion, Philipp und Adrian feiern den süßesten Tag im Jahr, den polnischen fetten Donnerstag. Dafür backen sie ganz viele Ponschki. Bei uns heißen sie Berliner oder Krapfen und feiern gemeinsam mit ihren Freunden eine bunte Kostümparty. Hallo, ich bin Philipp, ich bin elf Jahre alt. Meine Mutter kommt aus Polen, aber wir leben in Oldenburg. Und heute feiern wir den polnischen fetten Donnerstag, der tustet Schwartek. Polen leben in Deutschland am Festland. Wir fahren da auch fast jeden Sommer hin nach Swinne-Münde, das ist direkt an der deutschen Grenze. Das liegt nah am Meer und ist schön warm. Manchmal fahren wir auch mit meinen Großeltern hin oder mit meiner Tante und meinem Onkel. Und das macht Spaß. Es gibt da viel Fleisch und viel Fisch zu essen, das auch sehr gut schmeckt. In Polen feiert man den tustet Schwartek, das heißt auf Deutsch fetter Donnerstag. Und man isst dort Berliner oder anderes fettiges Gebäck oder fettiges Fleisch. Der fette Donnerstag ist der letzte Donnerstag vor der Fastenzeit. Bevor also vor allem viele katholischgläubige Menschen bis Ostern 40 Tage weniger essen oder zum Beispiel auf Alkohol oder das Rauchen verzichten. Am fetten Donnerstag wird in Polen dafür umso mehr gegessen. Am liebsten fettiges und süßes. Deswegen gibt es lange Schlangen vor den Bäckereien. Alle wollen Faworki, süßes, knuspriges Schleifengebäck. Und natürlich Paunschki. Ihr kennt das runde, fluffige Gebäck mit Pflaumenmus oder Marmelade innen drin, vielleicht als Berliner oder Krapfen. Manche haben Zuckerguss obendrauf, andere Puderzucker. Es heißt, dass man am fetten Donnerstag mindestens einen Paunschki essen muss, um im weiteren Jahr Glück und ein gutes Leben zu haben. Mit dem fetten Donnerstag beginnt in Polen auch die letzte Woche des Karnevals. Bis zum Aschermittwoch darf also nochmal fröhlich und in bunten Kostümen gefeiert werden. Eier, Butcher. Philipp will für seine Gäste heute auch Paunschki backen und sucht dafür schon mal die Zutaten zusammen. Wir feiern zusammen Karneval und dabei verkleiden wir uns auch und tanzen ein bisschen und hören Musik und essen Berliner. Frisch gebacken mit Marmelade gefüllt und Zuckerguss. Auf Polnisch heißt es Paunschki und auf Deutsch heißt es Berliner. Mein bester Freund Adry hilft mir dabei, die Berliner zu backen. Aber erstmal geht's raus zum Fußballspielen. Adry, der erzählt viele Witze und der ist immer lustig und immer gut drauf. Und er redet viel, was witzig ist. Mit ihm mache ich sehr viel, auch weil er mein Nachbar ist. Man kann mit ihm gut Lego bauen und wir spielen auch zusammen Fußball. Also wir spielen gerne Fußball zusammen und er sind immer gut drauf. Beim Fußball kann er gut dribbeln. Er ist nett, er teilt viel mit mir und den anderen Kindern und manchmal ist er schusselig. Also einmal hatten wir ein Fußballturnier, da hat er seine Fußballschuhe vergessen. Oha, dann sind wir mal gespannt, wie es mit dem Paunschki-Backen klappt. Legen wir mal los. Erstmal Mehl sieben. Wie viel Mehl? 500 Gramm. Kannst rein tun? Ich sag Stopp. Upsi, ein bisschen zu viel. Kein Problem, einfach wieder was rausnehmen. Genau, wie ein Funder-Tipp. Ja. Oh, Falscherung. Stimmt, das Mehl sollte ja gesiebt werden. Erst, so. Machst du das? Ich lasse hier vor. Jetzt sind garantiert keine Klümpchen mehr im Mehl. Als nächstes 42 Gramm frische Hefe zum Mehl geben, also den ganzen Würfel. Die Mulde ins Mehl reindrücken. In die Mulde die Hefe bröckeln und etwas lauwarme Milch dazugeben. Jetzt einmal in die Mikrobälle. 20 Sekunden. Wer keine Mikrobälle hat, einfach die Milch in einem Topf auf dem Herd leicht erwärmen. Jetzt drei Esslöffel der Milch in die Schüssel geben. Zwei. Was müssen wir als nächstes machen, Audrey? 15 Minuten in einem. Wir haben aufgehen lassen. So ein bisschen mit Mehl rüber machen, bis der Vorteil fertig geht. So. Ja, so. Wir haben das ein paar Mal schon gemacht. Einmal lief es nicht so gut. Da waren die ganz fest. Wir haben den Teig zu lange stehen gelassen und dann haben die nicht so gut geschmeckt. Aber davor, das Mal, das hat es gut geschmeckt. Ich hoffe, das wird heute mit ihm klappen. Ich glaube, der ist fertig. Ja. Sieht gut aus. Ja. Die restliche Milch kannst du reinköpfen. Ich stelle dir mal vor, dass daraus mal Berliner werden. 50 Gramm Zucker dazu, dann heißt es Eier trennen. Philipp und Adrian haben dafür einen besonderen Trick. Jetzt brauchen wir eine Flasche. Wir nehmen jetzt die Flasche, drücken dann über das Eigelb und dann kommt das da rein. Dann tun wir das hier rüber und dann drücken wir und dann kommt das wieder raus. Wir brauchen nämlich nur das Eigelb. Ja. Manchmal klappt der nicht. Einfach das Eigelb mit einem Löffel herausfischen. Bei uns passiert das öfters. Ja. Ja, es hat geklappt. Übung macht den Meister. Ui. Okay. So. Ja, jetzt. Ah. Vielleicht drehst du dann. Ja. Clever. Jetzt brauchen wir 70 Gramm Butter. 60. Dann. Jetzt rein. Der Teig ist schon fast fertig. Noch eine Prise Salz dazu. Dann brauchen wir Zitronenschale. Am besten von einer Bio-Zitrone. Und jetzt heißt es, ordentlich rühren und verkneten. Ja, ich glaube, das reicht. Ja, das reicht. Warte. Ja, so. Was glaubst du, wie viele isst du? Ja, zwei oder so. Du? Also über längeren Zeitraum drei oder vier. Der Teig darf jetzt eine halbe Stunde ruhen, damit die Hefe aufgehen kann und die Berliner schön fluffig werden. So. Philipp und Adrian nutzen die Zeit, um für ihre Partygäste zu dekorieren. Bist du schon aufgeregt, wie die Berliner fliegen? Ich glaube, die Berliner werden gut. Immer optimistisch sein. Wissen die Gäste eigentlich, was heute gefeiert wird? Ah. Ja, wir hatten schon mal drüber geredet, dass man da, glaube ich, so in Polen irgendwie so eine Tradition hat und da halt diese Amerikaner backt. Amerikaner? Was war das noch? Berliner. Berliner, Berliner, ja. Boah. Der Teig ist super. Noch nie war der so groß. So ein bisschen. Der Teig muss jetzt in Form gebracht werden. Brüderlich teilen. Der Teig sieht gut aus. Hm, finde ich auch. Noch einmal gut durchkneten. Und ausräumen. Zwei Zentimeter dick muss es sein. So. Dann können wir ausstechen. Wieder ein Becher. Am besten so wenig wie möglich Platz verbrochen. Äh, ein bisschen klein. So. Hier gibt es. Wir haben das Backpapier vergessen. Backpapier sorgt dafür, dass der Teig nicht am Blech festklebt. Die Berliner sehen gerade klein aus, aber die werden noch größer. Beim Frittieren meinst du? Ja, beim Frittieren. Der Kleine ist zum Probieren. Öl? Ne, noch ein bisschen. Zum Frittieren braucht man viel Öl. Sieht gut aus. Und das Öl muss richtig heiß sein. Das wissen unsere Profibäcker natürlich. Wie würden die Gäste sie eigentlich noch beschreiben? Zwei verrückte Vögel. Coole Jungs. Beide sehr lustig. Also Philipp ist sehr gut im Fußball. Er mag auch gerne Zaubertricks. Adrian sammelt Ninjago-Karten. Macht auch Spaß, immer mit denen zu spielen. Ja. Das Öl ist sehr heiß. 160 Grad. Die Berliner also vorsichtig reingeben, damit nichts spritzt. Wenn man das anfasst, dann gibt es Brandflecken. So, und rein. Und dann werden die so ein bisschen braun und dann drehen wir die wieder um und irgendwann holen wir die raus. Okay, wir können schon umdrehen. Die sehen echt gut aus. Und drauf. Ein bisschen Puderzucker nehmen. Dann brauchen wir gleich noch Zitrone aus dem Kühlschrank. Während die Berliner frittieren, bereiten die Jungs schon mal den Zuckerguss vor. Es darf nicht zu füssig und nicht zu dick sein. Und ich glaube, die sind fertig. Ja. Dann machen wir gleich weiter. Hier gilt das Gleiche. Vorsichtig herausholen. Unsere beiden Testobjekte. Die nächsten sind schon rein. Boah. Ich finde, die sehen gut aus. Ich auch. Dann schneiden wir mal unsere Probierberline auf. Wie schmeckt's? Mh. Schmeckt gut. So, können die bleiben. Ich würde erst mal den Inhalt reinmachen, also die Marmelade. Marmelade, ja. Berliner esse ich am liebsten mit Marmelade drinne und mit Glasur drauf. In Polen habe ich auch mal anderes probiert mit Vanille. Das hat auch gut geschmeckt, aber am besten ist mit Marmelade. Dann nächstes Loch. Boah, das ist knusprig. Immer reinfüllen und beim Raus zieldrücken. Wäre es nicht lustig, einen Ponschki mit Senf zu füllen? Vielleicht so ein kleines bisschen Senf. Na so, hier. Schön großzügig drauf machen. Super gut. Sieht schon gut aus. Wie vom Bäcker. Ich bin sehr gespannt. Vorher wusste ich noch nicht, dass sie backen können. Kochen machen die eigentlich nicht. War bestimmt ja auch ganz chaotisch. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jetzt noch schnell für die Faschingsparty umziehen. Dann geht's los. Du bist Harry Potter. Und du bist ein Bademann. Sieht gut aus. Du auch. Lumos. Hallo Lumos. Moin. Moin, Moin. Setzt euch. Wir haben der Lina gebacken. Cool, der kann bei der Lina. In einem ist Senf. Wer? Willkommen. Nimmt euch was zu trinken. Wie heißen eigentlich die Berliner auf Polnisch? Berliner heißen auf Polnisch Ponschki. Ponschki. Auf Wohl. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Schmeckt's? Ja. Sehr gut. Also habt ihr gut gemacht, Jungs. Wenn jemand Senf sieht, bitte sagen. Bei mir ist kein Senf drin. Bei mir ist es. Oh. Max hat ein bisschen Senf erwischt. War zwar auch ein bisschen Marmelade drin, aber ich bin jetzt nicht so der Senf-Typ. Und wie schmeckt es den anderen? Mir schmeckt der Berliner gut. Also sie schmecken fast genauso wie gekaufte Berliner. Manche sind trockener und manche sind fluffiger. Also der Berliner war halt leckerer und die Kaufen sind halt süßer und der Bessere war von den Jungs. Ich hatte drei Berliner. Alle guten Dinge sind drei, deswegen hat der dritte am besten geschmeckt. Für mir haben sie gut geschmeckt. Ich fand sie so wie die vom Bäcker. Manche sind besser, manche sind genauso gut. Ich bin voll. Ich bin voll. Dann drehen wir doch mal ein bisschen die Musik auf. Was für ein toller, polnischer, fetter Donnerstag. Wie geht es euch jetzt, Adrian und Philipp? Also mir geht's gut. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Und ich fand die Berliner lecker. Mir hat das ganze Backen Spaß gemacht und die Berliner waren auch echt gut. Ihr könnt richtig stolz auf euch sein. Wenn ihr noch was über den fetten Donnerstag wissen wollt, dann geht auf www.schmecksplosion.de